Was ist alles in der Gegend? Alles in der Gegend, nicht? Muss man ja. Keines in der Maschine. Nein, und da zum Teich mache ich auch keine Maschine. Ich habe schon ein Brot gemacht. Und wie viel Brot haben wir heute gebacken? 17 genau, das ist das höchste. Und 16 habe ich. Die Decke muss weiß sein. Das sag ich mir mal, Papa. 20 oder 30? 60 ist er gebaut worden. Ach so. Das war nicht mehr so ein Bogen. Nicht mehr so ein Gebäude. Ja. Trotzdem schüttet man nicht. War es nicht zu fest. Ja, das kann ich auch nicht wieder drauf machen. Ich habe schon mal hinbekommen.